Mit dieser Bronzebüste, hier im Vorraum des großen Festsaals, wird der Architekt der Universität geehrt, Freiherr Heinrich von Verstel. Geschaffen wurde die Büste von Viktor Tilgner. Das mit Symbolen der Baukunst verzierte Epitaph entwarf Verstels Schüler Julian Jadjelski. Verstel gilt als herausragender Vertreter des Historismus. Mit erst 27 Jahren hatte er die Ausschreibung um die Votivkirche gewonnen. Das erste Bauprojekt am Ring. In den Folgejahren konnte er viele bedeutende Gebäude verwirklichen, darunter Monometalbauten wie das Österreichische Museum für Kunst und Industrie, aber auch Villen und Palais. Ab 1866 lehrte er außerdem als Professor am Polytechnikum. Für den Wiener Universitätsbau nahm sich Verstel die italienischen Universitäten aus der Renaissance zum Vorbild. Die ideelle Gesamtheit aller Wissenschaften in Gestalt der vier klassischen Fakultäten Theologie, Jurisprudenz, Medizin und Philosophie wollte er sowohl in der architektonischen Anlage des Baus als auch im Gebäudeschmuck zum Ausdruck bringen. So schuf er etwa an der Hauptfassade vier Pavillons, die jeweils den Fakultäten zugeordnet sind. Und im Grundriss der Anlage finden wir jeweils vier Höfe in jedem der beiden Seitentrakte. Hier in der Belle Etage hat Verstel mehrere Säle untergebracht, die aufgrund ihrer prachtvollen Ausgestaltung festlichen Anlässen Raum bieten. Hinter der Tür rechts von Verstels Epitaph befindet sich der große Festsaal. Er bildet den Rahmen für jährlich über 200 akademische Feiern, Ehrungen und wissenschaftliche Kongresse.